Hallo, ich bin's, der Mick. Am kommenden Donnerstag findet eine sehr spannende Diskussion statt zum Thema Internetsicherheit, Cybercrime, Cyberterrorist, Cyberattacks. Wir werden uns anschauen, wie man sich als User und Konsument im Internet schützen kann, aber auch was Staaten tun können, um sich vor solchen Bedrohungen besser zu schützen. Zu Wort kommt einer der Experten weltweit und anerkanntesten Developer sowie Head of Google Security, Gerhard Eschelbeck. Ich freue mich auf euch. Google Hangout, Donnerstag, 17 Uhr.